Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ein kurzer Kommentar noch zum Herrn Kollegen Yüksel. Ich darf mit Erlaubnis der Präsidentin einen Tweet von ihrem Gesundheitssprachrohr Lauterbach aus dem letzten Jahr, genauer gesagt 4.6.2019, zitieren, der da schreibt, jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite Klinik schließen sollten. Ich würde sagen, da hat der Kapitän des FC Landtag an der Stelle ein ziemlich böses Eigentor geschossen. Gut, aber kommen wir zurück zum Haushalt. Im Haushalt dieses Jahr dreht sich relativ vieles um die Corona-Krise. Das ist verständlich. Zudem gibt es einige Weichenstellungen, die die politischen Beschlüsse zum Beispiel rund um die Pflegekammer finanziell abbilden etc. Insgesamt also nichts, was besonders ins Auge stechen würde, was einen überrascht oder per se jetzt total verwerflich oder falsch wäre. Man könnte natürlich an jeder Stelle jetzt die einzelnen Anträge wieder aufmachen und darüber ideologisch debattieren. Aber diese Diskussion haben wir eigentlich schon geführt. Das jetzt fiskalpolitisch abzubilden ist also nur logisch. Aber ein weiteres Mal, ein weiteres Jahr wurden die Chancen vertan, sich heute schon auf die Probleme von morgen vorzubereiten. Hier wird die Gegenwart verwaltet, aber mit Sicherheit keine Zukunft gestaltet. Vieles, was in diese Richtung gehen soll, bleibt rein auf dem Level der Kosmetik stehen. Wir werden uns an dieser Stelle dem Gesamtplan enthalten, weil wir durchaus sehen, dass Sie einige Dinge bemüht sind anzugehen mit der Landarztquote etc. Aber es bleibt, wie gesagt, auf dem Level der Kosmetik. Es müsste eine viel größere Kraftanstellung an dieser Stelle geben. Denn wenn wir uns ansehen, dass laut Ärzteblatt bereits dieses Jahr 6,4 Prozent der Stellen für Ärzte nicht besetzt werden und sogar 11,3 Prozent der Stellen in der Pflege, dann sehen wir, dass es mehr als Zeit wird, hier entschiedener zu handeln. Ansonsten werden absehbar 2040, so rechnet man hoch, 14,4 Prozent der Arztstellen und 25,4 Prozent der Stellen in der Pflege unbesetzt bleiben. Das wäre insgesamt auf die Gesundheitsbranche gerechnet, dann immerhin 3,3 Millionen unbesetzte Stellen, so das Forschungsinstitut Hognos. Oder, um es Ihnen vielleicht besser zu verdeutlichen, die Wartezeit beim Hausarzt würde sich bis 2030 verdoppeln und in den Krankenhäusern müssten die Schwestern dann durchschnittlich 60 Stunden in der Woche arbeiten, damit man die Versorgungsqualität von heute halten könnte und diese nicht weiter absinkt. Man kann sich dann also in etwa vorstellen, wie die Behandlungen in der Realität ablaufen werden, wenn nicht hier wirklich substanziell entgegengesteuert wird. Ebenso weiter nicht abgebildet und keine Rechnung getragen werden die über 500.000 Menschen pro Jahr in Deutschland, die Krankenhausinfektionen erleiden. Bis zu 20.000 von ihnen sterben dabei jährlich, so das Robert-Koch-Institut. Mehr als jeder vierte Deutsche hat daher mittlerweile laut einer Befragung Angst davor, sich ins Krankenhaus zu begeben. Man muss sich das einmal vorstellen, das ist eigentlich die Stelle, an die man sich genau begeben sollte, wenn man Hilfe braucht. Aber jeder vierte hat mittlerweile Angst davor. Aber auch hier fehlt jedes Konzept und jede Kraftanstrengung, dem endlich zu begegnen. Ich möchte dabei besonders prominent an dieser Stelle auf einen bösen Brief von Prof. Dr. Reinhardt, dem Präsidenten der Global Sepsis Alliance, hinweisen. Das ist ein Professor der Charité, den er an Dr. Schäuble im Bundestag gerichtet hat, der recht empört darauf hinwies, dass die AfD-NRW die einzige Fraktion bislang ist, die sich überhaupt dem Thema Sepsis parlamentarisch angenommen hat. Die nächste verwaiste Großbaustelle schließt sich gleich an. Die Zahl der resistenten und multiresistenten bakteriellen Erreger von Infektionen nimmt weiter stetig zu. An den Folgen versterben hierzulande dann infolgedessen 2.000 Personen pro Jahr. Aber auch hier keine Abhilfe in Sicht. Und wie geht es den Helfern? Wer hilft dann den Helfern selbst? Laut einer aktuellen Befragung leihen mittlerweile rund 55 Prozent der befragten deutschen Ärzte unter depressiven Verstimmungen, Burnout-Symptomen oder beidem. Und damit noch mal zehn Prozent mehr als in einer ähnlichen Umfrage im Jahr 2018. Als Ursache ihrer psychischen Belastung gab dabei die Mehrheit der Ärzte, die unter depressiven Symptomen lehnten direkt die Arbeitssituation an, eine Hilfestellung dazu aus der Politik. Auch in diesem Jahr wieder Fehlanzeige. Wir sehen also, der Haushalt ist durchaus solide gemacht, keine Frage. Aber es bleibt Sonnenscheinpolitik für die großen Probleme. Allerdings der Zukunft gibt es auch dieses Jahr wieder keine Antworten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Vinzenz.